Hallo ihr Lieben, ich hatte gerade ein ganz wundervolles, erfüllendes Gespräch mit der lieben Roswitha und zu dem Thema Tod, also das Vergehen unserer Körper, dass das alles nur eine Illusion ist und ich selber bin durch schicksalhafte Ereignisse hierin so gewachsen und ich möchte euch von ganzem Herzen das weitergeben, was ich an Erfahrungen gesammelt habe und ich würde mich freuen, wenn ihr zuschaltet und ihr die Geduld habt oder es vielleicht euch auch aufteilt, zuzuhören und von ganzem Herzen daran zu wachsen. Ja, alles Liebe, vielen lieben Dank.